hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge screen time in der wir uns wieder mal dem asiatischen kino widmen wollen und ich habe mich entschieden für diesen schönen film one cut of the dead ein japanischer film aus dem jahr 2017 der mit geringstem budget ein riesen erfolg geworden ist der auch und das kann ich jetzt schon mal vorweg nehmen zu meinen lieblings filmen der letzten jahre gehört bei dem film ist es ein bisschen schwierig finde ich spoiler frei irgendwas über den film zu sagen wenn ihr diesen film also noch nicht kennt wäre mein tipp guckt ihn euch erst mal an und guckt dann das video weil eigentlich ist jeder satz über diesen film schon zu viel was man wissen sollte ist warte was man wissen sollte ist so nach 20 minuten 25 minuten da passiert etwas was den film eine ganz andere qualität gibt als er am anfang vermittelt also man muss erst mal in gewissen part durchstehen und dann kommt das was den film so besonders macht und vielmehr sollte man finde ich vorher gar nicht wissen oder würdest du noch was anderes mit geben das war auch das was ich sagen wollte also wenn ihr den film guckt nicht direkt wieder abschalten weil die erste halbe stunde ist ich habe mal nachgeguckt das war so 30 minuten rum die sind gewöhnungsbedürftig ist sehr gewöhnungsbedürftig aber wenn man da erstmal durch ist dann dann wird es besser genau also auf jeden fall guckt euch an es macht spaß und ohne vorher was zu wissen am besten weil wie gesagt alles was man schon weiß ist ein bisschen zu viel deswegen weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht wie wir spoilerfrei groß was darüber sagen sollen jetzt erstmal ich habe es ja schon gesagt für mich ist das wirklich ein großartiger film wie fandest du ihn denn direkt gut also du hast schon gesagt man sollte am besten das boiler frei reingehen beziehungsweise ohne wissen reingehen und du hast ja das letzte mal schon ein bisschen was über den film erzählt weil du hast ihn ja vorgestellt dann musstest du ja ein bisschen was zu erzählen deswegen wusste ich ja schon ein paar sachen zum beispiel dass die erste halbe stunde halt eher anders ist als der rest ich fand ganz cool ich habe ja da spaß gemacht es geht ich meine okay jetzt noch mal der hinweis achtung wir spoilern anders geht es halt leider nicht es geht halt um filmdreh also die die der film fängt halt an dass sie ein zombie film drehen wollen und dann kommen halt wirklich zombies und greifen die halt an so und das ist halt mega scheißen schlecht gedreht mit mega schlechten effekten wo ich aber selbst sagen würde ey wenn wir das jetzt drehen würden wir würden es nicht besser machen weil die halt echt low budget gearbeitet haben und ja wahrscheinlich noch bessere ausrüstung als das was wir jetzt zusammen kann würden deswegen fand ich es an sich auch wieder charmant weil es halt so ist das ist halt mal wie so ein filmdreh ist wenn man halt jetzt nicht 5000 leute hast und dann die große fette ari oder red kamera und was weiß ich sondern mit klein budget halt so ein film zu drehen was dann halt herauskommt aber wichtig war wohl da okay wir haben spaß sondern die ersten 30 minuten ich weiß gar nicht unter was dieser film läuft ich glaube der läuft in der horror und komödie ich glaube die ersten 30 minuten sind der horrorteil der aber wahrscheinlich auch noch nicht bei den ganzen horrorfans gefallen wird weil der halt ziemlich trashig ist wenn man so trash filmen mag dann hat man wahrscheinlich die erste halbe stunde spaß ansonsten wählt man sich das ein bisschen durch und fragt sich okay kommt da jetzt noch irgendwie mal was das vielleicht ist ganz ein bisschen interessanter macht weil das ist schon ziemlich am works hier aber ohne scheiß mehr so war es bei mir auch beim ersten mal gucken saß ich da und ich hatte auch den hinweis gekriegt so ja hey die erste halbe stunde muss man durchstehen und dann wird es halt besser und ich saß dann da und habe mir gedacht alter was soll bei dem scheißdreck noch besser werden nach einer halben stunde das ist so ein bullshit wo und ich habe trotzdem obwohl ich das wusste überlegt auszumachen weil ich das so kacke fand und ja was dann kommt ist aber super ich musste jetzt gucken weil wir quatschen jetzt hier drüber und dann haben wir gesagt okay dann guckst du das an aber hätte ich den jetzt im fernsehen gesehen hätte ich auch gedacht so ey leute ich mag zwar japanische filme aber das ding da das ist das ist nicht genießbar obwohl es dann im umkehrschluss zum ende des films eigentlich wieder geil ist dass man sich eigentlich ganz gerne die erste halbe stunde noch mal angeguckt um einfach nur mal so revue passieren zu lassen okay was ist denn jetzt eigentlich passiert wie sagt wir spoilern deswegen erzähle ich mal weiter und zwar ist nach der halben stunde dann der cut und dann geht es halt darum okay paar tage vorher ich glaube sogar ein monat vorher und da ist gerade mein da ist gerade mein mein knopf aus dem ohr gefallen deswegen höre ich dich gerade nicht jetzt höre ich ich wieder sehr gut dass der regisseur von diesem machwerk sage ich mal den auftrag bekommt ey mach mal ein zombiefilm wir haben jetzt hier einen neuen sender und wir wollen da ein film haben für ja und der film soll live gezeigt werden und er soll keine schnitte drin haben sondern jetzt hast du den regisseur der dann halt versucht einen film zusammen zu friemeln ja dann das drehbuch und hat seine schauspieler etc und die restlichen teil des films geht dann halt um diesen filmdreh von den filmen den wir halt am anfang gesehen haben also am anfang sehen wir halt das das endprodukt davon und jetzt sehen wir quasi wie ist das ding entstanden und das fand ich sehr 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 charmant weil natürlich geht da nicht alles glatt und es gab da szenen drin wo ich mir auch denke was ist das für eine beschissene einstellung aber wer denkt sich sowas aus da hast du so eine einstellung wo die ganze zeit nur ein schauspielerin gezeigt wurde aus dem off irgendwelche sachen zu hören warum warum zeigst du jetzt sie wie die ganze zeit herum schreit statt das was da eigentlich etchenmäßig passiert das wäre viel interessanter okay wahrscheinlich hatten sie das geld nicht gehabt um jetzt zu zeigen wie da irgendwas passiert und dann kriegst du halt jetzt innerhalb von diesen entstehungsgeschichte des films halt mit was da eigentlich im hintergrund schief gelaufen ist und womit die dann improvisiert haben und was die gemacht haben sehr sehr charmant hat mir spaß gemacht also ich muss auch sagen ich finde das ist so ein sympathischer film also ich habe den gerade jetzt heute zum fünften oder sechsten mal gesehen und das ist so ein gute laune film der einfach aber auch so viel liebe fürs filme machen hat also das finde ich gerade so geil daran also das ist ja quasi du kriegst das making of von dem film den du am anfang gesehen hast dann als film und ich finde das wirklich so grundsympathisch mit den ganzen figuren und da ist ja noch diese vater sohn geschichte zwischen dem regisseur vater tochter geschichte zwischen regisseur und seiner tochter aber auch alle anderen figuren sind ja gewissermaßen klischees also das fand ich halt auch so so ganz charmant und ganz lustig weißt du gerade so mit den beiden hauptdarstellern wo sie halt so so eidel mäßig ist und dann immer so dieses ja das und das kann ich nicht machen und so und der andere typ hält sich halt für mega den künstler und nervt quasi die ganze zeit rum mit seinen ansprüchen und dann hast du aber auch den der dann immer rumholt so ja dass das falsche wasser wo sind meine toiletten ich kann das und das nicht das müsstet ihr aber eigentlich wissen gut also der hat schon viel viel liebe einfach fürs filme machen und das fand ich fand ich echt als wirklich so ein grundsympathischer film der zu meinen lieblingsfilmen der letzten jahre gehört also bei mir hat am anfang schon mal leichten minuspunkt eingehandelt ich obwohl obwohl der film dafür nichts kann ganz ehrlich das ist jetzt keine schuld vom film und zwar habe ich den natürlich auf japanisch geguckt mit untertitel und die ersten wörter aber dann so ohnegai ja mit der ohnegai ohnegai und unter und drunter stand irgendetwas wo ich denke das ist nicht die übersetzung das ist komplett was anderes was ihr da schreibt gut ich habe ihn natürlich wieder mit deutscher synchro geguckt die aber auch ganz gut ist also ja ich habe es dir dann gar nicht mehr angehört weil ganz ehrlich wenn es eine japanische fassung gibt dann gucke ich die japanische aber dann fängt die halt an fängt halt wirklich dann dass sie halt irgendwie am boden sitzt oder hier in so einer komischen halle ist und dann kommt halt der zombie auf sie dann dazu und dann das ist wohl ein bekannter von ihr also ihr freund und dann sagt sie dann ja mit der ja mit der ohnegai ohnegai und ohnegai heißt einfach so viele ja ist so eine bitte quasi bitte lass es ja nicht und drunter stand irgendwie was komplett anderes das ist ja nicht ganz gut den job gemacht vom übersetzer aber wie gesagt da kann der film nicht zu weil das wird ja wahrscheinlich hier in deutschland dann irgendwie ein übersetzungsstudio geleistet haben was sich gedacht hat ey das ist vielleicht viel cooler wobei ich glaube im in der deutschsprachigen synchronisation ruft sie schon irgendwie so ja bitte hör auf ja ja also so ungefähr aber nicht in der fassung wie es wahrscheinlich japanischen rüberkommt weil ohnegai ist dann schon ein bisschen was nicht ob bitte nicht sondern schon eher so sind so ein anflehen ja gut jetzt muss man halt sagen der 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 trick ist ja auch immer dass es irgendwie so halbwegs auf die lippenbewegung passt deswegen das was du immer kritisiert das ist halt nicht wortgenau die übersetzung ist eine gewisse freiheit die man sich nehmen muss damit nicht der schon aufhört die lippen zu bewegen und der sprecher labert noch sorry das kriegst du in japanischen aber nicht hin wo es ganz gut geht wo halt immer glück haben ist englisch und deutsch das geht so halbwegs dass du sagst okay lippenbewegung und text passt zusammen aber in japanischen kriegst du das nicht hin weil die japaner halt teilweise so redefaul sind dass die ganz kurze wörter haben und wir da halt drei sätze draus machen das funktioniert nicht die haben eine vergangenheitsform von adjektiven die sagen einfach mal yokata und dann es war gut fertig also das das kriegst du eh nicht hin aber wie gesagt also das war erst mal so okay übersetzung funktioniert schon mal nicht aber wie gesagt da kann der film nichts so der ist nämlich eigentlich ganz nett ja und viel mehr kann man eigentlich gar nicht über diesen film erzählen weil das ist eigentlich dieser film die die entstehungsgeschichte von den 30 minütigen trash machwerk für diesen sender halt und ja gut ist ich fand am ende ganz cool weil zum abspann hin haben die dann noch mal gezeigt wie sie das dann gedreht haben ja das kann ich auch gehabt weil hast du dann der dreht den der wird vom den gedreht und der dreht den also der der nimmt das auf und dann hast du dann so drei kameras gehabt die dann in reihe geschaltet waren das ist ja gut und man hat gemerkt sie haben den one cut of the dead gedreht mit ihrem eigenen cast also du hast ja dann den richtigen den richtigen spezialeffekte menschen und so gesehen die ja in dem film gar nicht vorgekommen sind und dann haben sie ja noch mal alles das gedreht was drum rum passiert ist also war schon faszinierend also du kriegst dann quasi das making of von dem ganzen ding noch mal hinterher geschoben was ich tatsächlich auch ganz interessant fand weil man das sieht man auch nicht so oft ist dieses diese bluteffekte also das fand ich irgendwie so ganz faszinierend dass die dann halt immer in den schlauch das blut reingesaugt haben und haben die leute dann quasi angespuckt damit also das fand ich schon spannend ja da lief immer einer rum mit so einem eimer mit blut und dann so mal schnell hier so drüber und weiter geht jetzt ja war war cool also der ist halt mega ich weiß nicht da hatten etwas k16 wahrscheinlich auch nur weil blut da ist und zombies obwohl ich da teilweise auch nicht weiß warum hat er eigentlich eine 16 weil brutal ist er nicht wie gesagt horror fans wenn ja nicht so viel spaß dran haben weil der ist halt ultra träschig gemacht der ist auch so schlecht gemacht und da hast du auch keine brutalen szenen drin wo ich sage okay ja jetzt ist irgendwie gedärme etc gibt es halt nicht ja und das versuchen die auch gar nicht weil das wahrscheinlich gar nicht hinkriegen also ich würde tatsächlich auch sagen dass es eher ein film halt für filmliebhaber und für menschen die sich auch fürs filmemachen interessieren also es ist wie gesagt für mich einer der besten filme über die leidenschaft fürs filmemachen also gerade auch die die tochter von dem regisseur ist ja so jemand die dort total begeistert ist fürs filmemachen und die halt auch so versucht irgendwie so echte emotionen rauszuholen und so ist es dreht sich ja dann auch immer mal wieder um diese künstlichen tränen und das ist eigentlich viel besser als wenn die schauspieler wirklich die kunst beherrschen schauspielerisch zu weinen anstatt dass sie sich nur augentropfen machen und er provoziert das dann ja auch raus also das finde ich auch so eine geile szene muss ich sagen ja gut am anfang sieht man ja dann wie einen anderen spot dreht irgendwie sowas dann hat es auch so einen typen gehabt den sollte irgendwie so nur die augentropfen da rein getropfelt haben und dann siehst du dann später im fernsehen wie sich das spot ausgestrahlt und denkst du okay das ist aber schon ziemlich doof also wir finden beide geil das kann man glaube ich sagen geil ist halt jetzt wieder also wir machen ja keine punkte mehr oder sowas aber zehn punkte wäre bei mir nicht es ist ein sehr charmanter film den ich mir sehr gerne auch mal nochmal angucke ob das jetzt ein film wäre den ich jetzt weiterempfehle und jedem sage so boah boah den musst du unbedingt gucken das ist schwierig das ist ein charmanter guter film aber es ist nicht so das ding wie jetzt ist das soul oder sowas den ich jeden halt aufs auge drücke weil ich denen sage ey das ist ein geiler film guck dir den an also ich muss tatsächlich sagen ich habe den film schon sehr oft empfohlen halt mit dem zusatz wartet bis du die 20 minuten rum hast und ich finde das ist wirklich durch und durch ein geiles teil also wenn wir punkte vergeben würden wäre es von meinen von meinem standpunkt aus eine zehn von zehn ich meine was auch wirklich faszinierend ist finde ich der film ist ja mit studenten gedreht worden so wie ich das hier nachgelesen habe und hat irgendwie 27.000 dollar gekostet und 20 millionen in japan eingespielt der hat sich halt über so mundpropaganda immer weiter verbreitet weil leute halt dann gesagt haben hier guck dir den an der ist mega geil und dann hat sich das so zu einem geheimtipp entwickelt da gab es irgendwann mal einen der sich gedacht hat okay ich halte das ding jetzt durch und hat dann irgendwann gemerkt ach nee guck mal nach einer halben stunde ist ja doch alles cool jetzt kann ich den weiter empfehlen mit dem zusatz halt die erste halbe stunde durch weil ansonsten wird wahrscheinlich ein großteil wirklich abgeschaltet haben da wird es wahrscheinlich irgendwelche trash fans gegeben haben die dann irgendwann gedacht haben so nach einer halben stunde auch schade jetzt vorbei jetzt geht es ja hier qualitativ besser weiter weil die erste halbe stunde ist halt wackelkamera und trashig und schlecht alles mies und nach einer halben stunde wo es halt darum geht okay wir drehen jetzt diesen film ist dieser film aber auch qualitativ hochwertig ja also der der sieht richtig gut aus deswegen sind wahrscheinlich diese 27.000 dollar dann irgendwie drauf gegangen für dann das technik equipment die man dann doch braucht um gut aussehenden film zu machen aber was im vergleich natürlich trotzdem peanuts sind also 27.000 dollar ist für ein film der jetzt 90 minuten geht das schon schnäppchen guck mal man hat ja auch oft so szenen wo du dann da sitzt wenn du die erste halbe stunde guckst und dir so denkst du ja warum glotzen die denn jetzt alle zwei minuten in der ecke und sagen nix also so und wo man dann später ja erst kapiert warum das halt so ist deswegen der anfang wirkt halt einfach scheiße und hinterher wird erklärt warum das so passiert ist ja wie gesagt da gibt es halt szenen wo es halt wirklich merkst du also okay die haben jetzt kein peißen lassen dunst mehr was die da ich machen was machen die da jetzt eigentlich und es gab auch szenen die dann später improvisiert sind mega improvisiert die ich gar nicht erst gemerkt habe dass sie improvisiert sind aber hinterrücks halt so geil dann wirklich auch gemacht worden sind es ist gut also daumen hoch ja also bei mir ist das so so also ich finde gut ich finde sehr charmant aber man muss halt auch sagen es ist ein bisschen zielpublikum gerichtet weil wie du sagst wir beide sind schon filmfans und wir interessieren und wir interessieren uns natürlich auch fürs filme machen wenn du jetzt so 0815 publikum hast wenn du jetzt in der sneak preview laufen würde weiß ich nicht ob den jeder so geil finden würde oder ob da irgendeiner gesagt würde so ey das ist totaler nonsens also es ist schon ein bisschen zielgruppen gerichtet man muss natürlich auch ein bisschen spaß an filmen haben und an filmemachen haben glaube ich um da ja den ganzen den ganzen spaß mitzukriegen gut dann sind wir zumindest durch mit one cut of the dead ein amerikanisches remake soll übrigens folgen natürlich bitte nicht bitte nicht mach es nicht ich hasse amerikanische remakes die machen alles kaputt die nehmen bei besten ideen und drehen es in schlecht neu das ist ganz schlecht bei dem würde ich mich ja freuen wenn dann im größeren publikum dadurch bekannt wird also nicht wenn er dann scheiße ist ja das ist halt wieder steht wieder auf einem anderen blatt aber damit würde ich sagen auch es gibt ja auch seit jahren die überlegung you name den wirklich einer der erfolgreichsten und bekanntesten animes real in amerikanisch wiederzudrehen und die story haben sie sich dann so ausgedacht ist dann um indianische ureinwohner gibt et cetera wo ich mir denke so alter das kannst du nicht machen du kannst nicht diese story diese komplett woanders hin packen und dann mit amerikanern drehen das das geht nicht und ich die meisten amerikanischen remakes sind halt kacke wenn du halten in the ring nimmst ist ein amerikanisches remake guck das original an wenn du gibt es ein bettorialen remake weiß ich gar nicht aber bettorial machst am besten kein remake draus ist zwar trashig aber passt es gibt so viele die grudge ist ja auch ein remake von japanisches ding old boy haben sie auch noch mal neu gemacht und et cetera also ne meistens kriegen die es halt einfach nicht gebacken den geist des films irgendwie zu übertragen die sehen einfach nur wir drehen jetzt die ganze story noch mal wir drehen die szenen eins zu eins am besten noch mal aber die kriegen den spirit nicht hin so dann dann schließen wir jetzt ab und du sagst was wir nächste woche gucken genau dann komme ich jetzt zu meinem film den wir das nächste mal gucken und zwar haben wir ja gerade die schöne weihnachtszeit deswegen habe ich mich für einen weihnachtsfilm entschieden die es in japan nicht so häufig gibt die sind sogar sehr sehr selten und es gibt einen und den habe ich bisher noch nie gesehen und den will ich mir jetzt mit dir angucken ob der gut ist oder nicht werden wir dann nächste woche entscheiden und zwar geht es um tokyo godfathers ich weiß nicht ob du den schon mal gesehen hast oder zumindest was von gehört hast es geht um an es geht um drei obdachlose die an weihnachtsabend quasi ein baby finden und die versuchen jetzt natürlich dann das baby wieder zurück zu seiner familie zu bringen und natürlich haben die alle auch ihre eigene geschichte die dann während des films dann so ein bisschen beleuchtet werden ja also die sind ja wahrscheinlich nicht aus spaß auf der straße sondern haben dann so ihre eigenen kleinen dramen die wahrscheinlich bei einem weihnachtsfilm dann irgendwie alle aufgelöst werden ich weiß es nicht ich habe ihn nicht gesehen aber habe ich spaß dran den gibt es seit kurzem auf netflix deswegen habe ich den jetzt auch noch mal raus ausgesucht ansonsten kann man sich den auch auf verschiedenen plattformen ausleihen sei es jetzt itunes sei es jetzt amazon prime video sei es google play die haben glaube ich alle mit dran ich bin gespannt also ich habe schon von dem gehört aber ich glaube ich habe ihn noch nicht gesehen dieser satoshi konn der den gemacht hat hat ja einige recht bekannte anime filme gemacht zumindest wenn man sich so ein bisschen auskennt die auch alle so sehr sagen wir mal fantastisch mysteriös sind der hat paprika gemacht ich weiß nicht ob dir das was sagt ja was ja quasi so geistiger vater von inception sein soll wobei wie gesagt ich habe ihn nicht gesehen ich auch nicht aber okay ich habe ich habe das plakat immer gesehen von paprika okay nee das ist glaube ich nicht meins ist glaube ich auch das studio madhouse hier daran beteiligt die natürlich auch einige gute film gemacht haben unter anderem barfuß durch hiroshima weiß ich auch noch bis vor kurzem noch nicht wusste dass es ein madhouse film ist aber okay also schon gutes studio gute regisseur dahinter und wir sind einfach mal gespannt was er denn aus dem thema rausholt und wie gesagt einer der wenigen weihnachtsfilme die du in japan kriegst weil japan interessiert also weihnachten interessiert die in japan halt nicht so wirklich bei uns jetzt in diesem sinne verabschieden wir uns wünschen euch eine schöne woche und nächste woche sehen wir uns dann wieder mit tokio gottfathers und schau mal wie uns dieser japanische weihnachtsfilm gefallen hat bis dahin macht's gut gottfathers und schau bis dann gottfathers und schau mal wie es ist gottf ihres gottf 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 Vielen Dank.